Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer von Ihnen geht denn gerne wandern und wie orientieren Sie sich dabei? Erfragen Sie den Weg oder tragen Sie digitale oder vielleicht noch analoge Landkarten mit sich? Haben Sie noch einen analogen Kompass oder verwenden Sie auch schon einen digitalen? Und noch etwas ganz anderes. Was hat eigentlich Kant mit einem Kompass und dessen vier Himmelsrichtungen gemeinsam? Peter Reichel ist Professor in der Informatik an der Universität Wien und er leitet dort die Forschungsgruppe Cooperative Systems. Er wird sich jetzt aus Sicht eines Informatikers mit philosophischen Fragen in das Gebiet der Digitalisierung wagen. Im ersten Video erfahren Sie von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Philosophie und der Informatik. Im Zentrum steht dabei immer die Frage, was können wir wissen? Haben Informationen die Erkenntnis abgelöst und was ist Wahrheit vor dem Hintergrund von Big Data? Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim gemeinsamen Philosophieren, Nachdenken und Reflektieren. Nähert man sich als Informatiker dem digitalen Wandel von einer philosophischen Perspektive, so muss man sich dabei stets der Grenzen einer solchen Annäherung bewusst bleiben. Andererseits geht Philosophie natürlich uns alle an und interessanterweise ist es ebenso mit der Informatik, die uns ja spätestens auf Schritt und Tritt begegnet, seitdem die Digitalisierung, wie es so schön heißt, da ist, gekommen ist. Auch wenn wir später im weiteren Verlauf sehen werden, dass das nicht so ganz einfach ist, denn der digitale Wandel ist ja nicht einfach gekommen, sondern wir machen ihn und insbesondere wir Informatiker und Informatikerinnen machen ihn. Und es gibt noch eine zweite Gemeinsamkeit, denn mit der Philosophie muss man sich intensiv beschäftigen, aber auch mit der Informatik. Ebenfalls sobald es um mehr geht, als digitale Werkzeuge zu verwenden. Sobald es darum geht, unser zukünftiges digitales Leben zu gestalten. In diesem Punkt also treffen sich die beiden Welten ebenfalls. Und interdisziplinärer Dialog ist da gefragt, mehr denn je. Und das gilt noch umso mehr, als sich nach einigen Jahrzehnten digitaler Goldgräberstimmung heute irgendwie die Stimmen mehr, die eine Art Wendepunkt erreicht sehen. Es wird irgendwie ernst. Die Zeit des Welpenschutzes ist vorbei. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Abhängigkeit von digitaler Technologie und künstlicher Intelligenz von Digital Divide auf der einen Seite und irgendwie unendlich scheinenden Security-Bedrohungen auf der anderen Seite wird dabei die Frage immer lauter, ob es denn nicht einer Art neuen Aufklärung bedürfe. Ganz im Sinn von Immanuel Kants berühmter Definition der Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und dabei lohnt die Frage, was wir denn dazu heute von Kant lernen könnten, noch aus einem viel umfassenderen Grund. Und damit möchte ich mich im Weiteren etwas beschäftigen. Zum einen nämlich liegt die Versuchung nahe, dass wir so eine Art Aufklärung 2.0 vor allen Dingen auf eine politisch-gesellschaftliche Perspektive beschränken. Das würde also heißen, die Unmündigkeit, um die es da geht, ist jetzt digital zu verstehen. Und die Frage ist, wie können wir sie in eine neue Art Selbstermächtigung, Selbstbestimmung oder Neudeutsch Agency verwandeln? So ähnlich wie es ja nach Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft 1781, das ist das Hauptwerk von Immanuel Kant bekanntlich. Da hat es gerade mal acht Jahre gedauert, bevor die französische Revolution ins Rollen gekommen ist. Immanuel Kant ging es in seiner Transzendentalphilosophie aber nicht so sehr um Fragen der großen Politik, sondern eigentlich darum, sich über das Denken selbst Gedanken zu machen, das Denken auf ein neues Fundament zu stellen. Er fragte sich, was denn Erkenntnis eigentlich sei, wodurch sie möglich wird und was das für uns und für unseren Alltag bedeutet. Nun fragen wir heute nicht mehr so sehr nach Erkenntnis, sondern eher nach Information. Aber wir werden sehen, dass es sich lohnt, auch diesen Begriff der Information gemeinsam mit Kant einmal zu hinterfragen auf seine prinzipiellen und auf seine praktischen Implikationen hin. Zum Zweiten, und das ist vielleicht genauso interessant, bezieht Kant mit seinem Hauptwerk, und das sind insbesondere die drei Kritiken, in einem gewissen Sinnstellung gegen die prägende Philosophie seiner Zeit. Und die prägende Philosophie war die Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolf. Leibniz war nicht nur für die Philosophie ein wichtiger Mann, das sei als Randbemerkung angefügt, sondern auch für die Informatik natürlich, für die er Entscheidendes geleistet hat. Und das nicht nur, weil er 1697 in einem Brief an seinen Chef, den Herzog Anton Ulrich von Wolfenbüttel, so nebenher das Binärsystem erfunden hat, also die Idee, Zahlen nur mit Nullen und Einsen aufzuschreiben, oder weil er sich über 40 Jahre seines Lebens letztlich vergeblich damit beschäftigt hat, einen funktionsfähigen digitalen Rechner zu bauen. Für uns wichtig ist vielmehr noch ein anderes Projekt, das ihn ebenfalls sein Leben lang beschäftigt hat, das Projekt einer Mathesis Universalis. Die Idee, das gesamte Weltverständnis mithilfe einer formalen Sprache auszudrücken. Also alles, was man wissen kann, zurückzuführen auf Elementarmodule und durch Kombination dieser, genauso wie wir aus Nullen und Einsen alle Zahlen darstellen können, das gesamte Wissen darzustellen. Der Philosoph Max Benze, selbst auch ein Informatiker der ersten Stunde, hat diesen Ansatz auf den griffigen Slogan Geist ist Form gebracht und es als leibnizsche Ideologie bezeichnet, die er, Benze, eben dem Kant gegenüberstellt. Und wenn man das genau anschaut, dann ist es von dieser Mathesis Universalis eben gar nicht so weit weg zur Ausgangssituation des heutigen Überwachungskapitalismus. Man muss nur die Stichworte Geist und Form jetzt austauschen, die heißen jetzt eben künstliche Intelligenz bzw. Algorithmus und Big Data. Und hiergegen wendet sich Kant, indem er versucht, den Erkenntnisvorgang als ein gleichberechtigtes Produkt von Ratio und sinnlicher Wahrnehmung des Menschen darzustellen. Sein berühmter Satz aus der Kritik der reinen Vernunft lautet dazu, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Und am Ende der Kritik der reinen Vernunft fasst er dieses Programm in drei berühmten Fragen zusammen. Und diese drei Fragen sollen uns in der Weiteren als Kompass dienen. Sie lauten, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Dabei ist die Gewichtigkeit dieser drei Fragen eine unterschiedliche. Die erste dieser Fragen, was kann ich wissen, scheint ja geradezu das Herzstück der Digitalisierung zu berühren. Denn in der Tat hat Google die schiere Art und Weise, sich Wissen zu beschaffen, vollkommen revolutioniert. Und dass es vor Wikipedia zumindest mehrere Regalmeter an Brockhaus bedurfte, um einigermaßen das Wissen der Welt bei sich zu Hause greifbar zu haben, das ist schon fast in Vergessenheit geraten. Damit hat sich aber auch unser Verständnis von Information als solcher grundlegend gewandelt. Information, das ist ja nach der berühmten Definition von Gregory Bateson ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Oder etwas formaler, im Sinn von Claude Shannon, die Verringerung von Unsicherheit. Diese beiden Definitionen beziehen sich wie selbstverständlich auf einen Referenzbegriff, den man wohl mit Wahrheit umschreiben müsste, oder zumindest mit dem Faktischen, was uns heute, im postfaktischen Zeitalter der Fake News, mehr und mehr abhanden zu kommen droht. Und mehr noch, wie Armin Naseyi vor kurzem in seinem Buch Muster eindrucksvoll argumentiert hat, lässt sich der Erfolg der Digitalisierung, insbesondere von Big Data, ja wesentlich dadurch erklären, dass sie ein Problem löst, das schon lange vor Beginn des digitalen Zeitalters virulent geworden ist. Das Problem nämlich einer Vermessung der Welt. Das Auffinden von Mustern in Daten, jedweder Herkunft und Couleur. Was sich noch weiter zugespitzt hat in dem ebenso verbreiteten wie problematischen Slogan von den Daten als dem neuen Öl. Jedoch haben Daten nichts mit einer glattseitigen Ressource voller schöpferischer Energie zu tun. Daten sind nicht das neue Öl, sie sind die neue Macht. Und dabei sind sie noch nicht einmal automatisch Ausdruck von Information, so wie eben definiert. Vielmehr scheint das, was sich da momentan im Dunstkreis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen abspielt, eher von etwas geprägt zu sein, was wir mit Chris Anderson, dem Herausgeber des Magazins Wired, das Ende der Theorie nennen könnten. Nämlich das Auffinden von Mustern um ihrer selbst Willen, ohne zugrunde liegende und vorhergehende Theoriebildung. Und das, so Anderson, führt letztlich dazu, dass uns eine Sintflut von Daten einfach überrollen wird und die wissenschaftliche Methode als solche obsolet macht. Und fraglos sind wir in dieser Hinsicht seit Erscheinen des Artikels 2008 schon ein gutes Stück weitergekommen. Natürlich ist unbestritten, dass der potenzielle Wert solcher Muster, wenn sie denn im Rahmen einer der Wahrheit verpflichteten Suche nach dem, was unsere Lebenswelt erklären und verbessern kann, auftauchen, kaum zu überschätzen ist, wenn man denn verantwortungsvoll damit umzugehen weiß. Aber man muss vorsichtig sein, sie als universelles neues Paradigma von Welt- und Lebensorganisation zu verwenden. Und genau dazu tendieren wir, wenn wir Computer als die wichtigste Ressource betrachten, die wir momentan zur Verfügung haben. Denn Computer basieren auf der Idee einer Universal Machine, das ist schon richtig, einer Maschine, die für alle Probleme anwendbar ist. Aber diese Idee der Universal Machine, die Alan Turing in die Welt gesetzt hat und die seither die Evolution des Computers bestimmt, entstand vor einem ganz spezifischen Hintergrund, vor einer ganz spezifischen Fragestellung. Es war die Frage nach der Berechenbarkeit. Während wir sie zum grundlegenden Paradigma einer Umgestaltung unserer Lebenswelt gemacht haben. Und genau da fängt das Problem an. Denn um wieder auf Kant zurückzukommen, Gedanken ohne Inhalte sind blind. Oder wie man heute sagen müsste, Daten ohne Kontext sind wertlos. Ja, vielleicht sogar gefährlich. Und so müssen wir wohl hinter die Frage, was kann ich wissen? Auch und gerade im Zeitalter von Google und Wikipedia, weiterhin ein großes Fragezeichen machen.